Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über das Johannes-Evangelium und im Besonderen Jesus in diesem Johannes-Evangelium, Lektion 7, Selig sind die Glauben. Unser Merktext für diese Woche spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast. Darum glaubst du? Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Johannes-Evangelium, Kapitel 20, Vers 29. Sonntag. Auf Abraham zurückblicken. Wenn man so die Argumentationslinie von Jesus verfolgt, dann ist man schon überrascht. Nicht, wenn er in der Diskussion mit den Gelehrten seiner Zeit sagt, Abraham, euer Vater, den führen sie immer an, der Abraham und der Abraham. Sobald einmal jemand tot ist, dann steigt er in der Achtung. Zu Lebzeiten wird alles Mögliche da über jemand gesagt und dies passt nicht und jenes nicht. Aber dann irgendwie so eine Totenverklärung. Und Jesus sagt jetzt etwas, und das ist schon verblüffend, dieser Vers. Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Ich sage, was heißt das? Ich meine, Abraham, der hat fast 2000 Jahre vorher gelebt. Und der sah, wie Jesus als Sohn Gottes hier auf Erden in menschlicher Gestalt herumgeht. Das heißt, er muss Visionen gehabt haben. Er muss gesehen haben, weit voraus in die Zukunft, was da kommen wird. Denn Jesus bestätigt das. Der sah meinen Tag. Und er freute sich. Faszinierend. Sein Text aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 8, Vers 56. Das ist also schon eine sehr steile Argumentationslinie. Und damit wird er seine Zuhörer verblüfft haben. Denn die sagen dann, du bist noch keine 50 Jahre alt. Und du willst da irgendwie mit Abraham in Verbindung sein, der vor so vielen Jahrhunderten, ja fast zwei Jahrtausenden gelebt hat. Sie kommen also nicht ganz klar, oder wollen nicht ganz klar kommen. Es waren also Visionen, die dieser Abraham hatte. Und darum konnte er sich freuen, weil er wusste, der Erlöser wird kommen. Dann haben wir einen außergewöhnlichen Text in der Apostelgeschichte. Und da den Kapitel 3. Und da den Vers 25. Bei dieser Predigt, das war also die Geschichte, wo Petrus und Johannes nach der Auferstehung Jesu zu Pfingsten, beim Erstlingsfest, also unser Pfingsten heute, zum Tempel hinaufgehen, um zu beten. Und da sitzt bei einer dieser Tempeltüren, beim Tempeleingang, wo es als Nadelöhr ist, wo alle durch müssen. Du kannst nur beim Tor hinein, warum da um Mauern sind. Und da sitzt ein Gelähmter, und das schon seit Ewigkeiten. Von klein auf schon. Und Petrus sagt zu ihm, sieh uns an. Er schaut in der Hoffnung, dass er jetzt was kriegt. Aber das, was er kriegt, übersteigt alles. Das ist wesentlich mehr wert, als alles Gold und Silber. Und Petrus sagt zu ihm, Silber und Gold, das habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Und er nimmt ihn bei der Hand. Im Namen Jesu Christi, steh auf und geh. Und er spürt, wie seine Knöchel fest werden. Muskeln sich anspannen. Er erhebt sich. Hüpft, tanz, springt, rennt, lauft. Unglaublich. Und die Menge läuft zusammen. Denn dieser Mann, der war ja sowas von bekannt, weil er ja immer dort gesessen ist, bei der Tempeltür. Und es sitzt einer ja nicht vier Jahrzehnte einfach dort, wenn er ohne dies gehen könnte. Macht ja keiner. Also, das war echt. Der war Teil des Inventars. Und jetzt laufen die Leute zusammen. Und Petrus nützt die Gelegenheit und predigt und sagt hier in Vers 25 von Kapitel 3, Ihr seid Söhne der Propheten. Also Nachkommen. Ihr habt es also eine berühmte Vergangenheit. Ihr seid Söhne der Propheten und ihr seid Söhne des Bundes, den Gott mit unseren Vätern schloss. Was für eine Ehre. Was für eine Würde. Mit den Vorfahren hat Gott einen Bund geschlossen. Faszinierend. Nämlich also zu Abraham sprach Und in deinem Samen sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Ja, wie das? Ja, weil aus diesem Volk heraus, aus den Nachkommen Abrahams heraus, der Messias kommen wird. Der Christus im Griechischen. Der Christus im Lateinischen. Hebräischem Meschiach. Verdeutscht Messias. Der lang ersehnte. Der heiß erwartete. Er wird kommen. Und dadurch werden alle Geschlechter auf Erden gesegnet werden. Nicht nur das Volk, aus dem heraus er dem Fleisch nachkommt. Montag. Das Zeugnis von Martha. Es sind also hier in diesem Abschnitt Selig sind die Glauben. So verschiedene Ereignisse aus dem Leben Jesu, aus diesen dreieinhalb Jahren herausgegriffen, wo das so durchkommt, was Glaube ist, was Vertrauen ist. Und Jesus hat angekündigt, gegen Ende seiner dreieinhalb Jahre, die er hier auf Erden als Vollzeite Evangelist und Lehrer und Prediger und Heiler unterwegs war, da hat er gegen Ende dieser dreieinhalb Jahre angekündigt, er wird sterben. Sie werden ihn verhaften, wird ausgeliefert werden, werden ihn kreuzigen, er wird am dritten Tag auferstehen. Und eine hat das ganz besonders tief in ihr Herz aufgenommen. Denn wir lesen im Johannes-Evangelium Kapitel 12, sechs Tage vor dem Passer kam Jesus dann nach Bethanien. Das ist also der Ort, wo Jesus immer wieder mit seinen Jüngern einzukehren pflegte. Hier haben wir also Jerusalem, wenn da die großen Feste waren, pflegte Jesus durchs Kithontal hinüber zu gehen, dann ist auf der anderen Seite der Ölberg im Osten und am Abhang des Ölberges liegt Bethanien. War also nicht weit von Jerusalem entfernt und gleichzeitig schon ruhig, weil die Menschenmassen dort nicht mehr sind. Und dort hat er mit seinen Jüngern regelmäßig übernachtet, bei Lazarus, Maria und Martha. Und im Kapitel vorher haben wir von der Totenauferweckung von Lazarus gelesen. Und da heißt es Bethanien, wo Lazarus war, der tot gewesen war und den er aus den Toten auferweckt hatte. Nach vier Tagen im Grab. Und damit war es klar für die Schriftgelehrten, für die Pharisäer und Sadduzeer, jetzt müssen wir ihn töten. Sonst wird er der Höchste in Israel und wir sind weg und haben keine Macht mehr. Wir müssen, solange wir Macht haben, diese Macht nutzen, um ihn auszuschalten. Bis dorthin haben sie lang hin und her überlegt. Die Schafmacher haben gesagt, machen wir es. Und der andere, na, wer weiß, wie das Volk reagiert. Aber jetzt sagen sie, nach der Aktion. Einen vier Tage Toten auferweckt. Dem rennt die ganze Welt nach. Jetzt müssen wir handeln, sonst ist unsere Macht weg. Wir lesen in Johannes 12, Vers 2. Sie machten ihm nun dort in Britannien, wo eben Lazarus, Martha und Maria waren, ein Gastmahl. Und Martha diente. Die kennen wir schon so. Die Maria war immer mehr die, die zugehört hat. Und die Martha war die eifrig Schaffende, dass die alle genug zum Essen haben und so weiter. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch saßen. Und jetzt passiert etwas ganz Eigenartiges. Das liest man vorher nicht so, nachher nicht so. Das ist also eine äußerst prägnante Geschichte, die sich da jetzt ereignet. Da nahm Maria, also von diesen drei Geschwistern eine. Ein Pfund und zwar von einem Salböl. Ein echtes, kostbares, Nardensalböl. Also das ist so der Mercedes. Das heißt, das teuerste vom teuersten, was du hier einkaufen kannst. Salbte Jesus die Füße. Ja, wieso macht sie das? Ja, weil Jesus gesagt hat, er wird sterben. Und jetzt salbt sie ihn im Vorhinein für sein Begräbnis. Die anderen kamen dann hinterher mit den ganzen Spitzereien und mit den ganzen diversen Salben, als er schon tot war. Sie wollte den lebenden Jesus noch salben. Und sie trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Sie hat nämlich Tränen vergossen. Das Haus aber wurde erfüllt vom Geruch des Salböls. Denn das ist extrem intensiv. Das ist so was von konzentriert. Und die schüttet das da drüber. Und das war eine Summe, was du in etwa in einem Jahr insgesamt, wenn du also 300 Tage arbeitest, an Lohn bekommst. Ein Denar pro Tag und 300 Denare. Also enorm, was die investiert hat. Die muss ihre ganzen Ersparnisse da hineingesteckt haben. Um Jesus zu salben. Und alle miteinander fragen sich, also ist das nicht ein bisschen übertrieben? Aber das Schöne an dem Ganzen. Was ist daran so schön an der Geschichte? Maria war von bösen Geistern besessen gewesen. Jesus hat sie davon befreit. Sie hat jetzt Freiheit erlebt. Und sie war deswegen besessen gewesen, weil sie eine dunkle Vergangenheit hatte. War also alles andere als eine edle, fromme, feine Frau gewesen. War verführt worden zu allen möglichen und war tief, tief unten im Schlamm. Psychisch gesehen. Und Jesus hat zuerst ihm rausgeholt aus diesem Dreck. Und darum ist sie so dankbar. Und jetzt hat er gesagt, er wird sterben. Er zahlt sie. Sie gibt alles, was sie hat. Und dadurch ist es für uns so ein enormes Beispiel. Sie gibt alles, alles für Jesus. Und das macht das so bewundernswert. Denn wir sind immer auch bedacht, dass wir selber auch nicht zu kurz kommen, oder? und sie gibt alles her. Alles Ersparte für Jesus. Und seit 2000 Jahren wird diese Geschichte erzählt. Sie ist also eine, die ein strahlendes Vorbild ist. Diese Maria Magdalena dafür, was jemand für Jesus aus Liebe zu tun bereit ist. Dienstag. das unbewusste Zeugnis von Pilatus. Der Hohe Rat hat ja alles dran gesetzt, dass Pilatus Jesus zum Tode verurteilt. Und die erste Erkenntnis von Pilatus war, ich finde keine Schuld an ihm. Und er hat ja auch gefragt, welche Klage bringt ihr gegen diesen Menschen vor? Nämlich, dass er des Todes schuldig wäre. Und da wird es ja für sie so kompliziert, denn was sollen sie sagen? Todesstrafe wofür? Was hat Jesus Böses getan? Er war ohne Sünde. Und darum sagen sie, wenn er nicht des Todes schuldig wäre, hätten wir ihn dann gebracht? Also da brauchen wir nicht drüber reden, das ist ja sowieso klar. Der hat sowas Böses gemacht, darum bringen wir ihn. Es ist völlig egal, was das ist. Er ist des Todes schuldig. Also bestätige. Apilatus hat ein Angesicht Jesu gelesen und sagt immer, der, ein Verbrecher, nähert nimmer. Und kommt zur Erkenntnis, ich finde keine Schuld an ihm. Schon stark. Also nicht einmal, dass er sagt, ein bisschen Schuld finde ich, weniger Schuld, aber nicht des Todes schuldig. Ich finde keine Schuld an ihm. Keine. Kann man also freilassen. Die rotieren. der hohe ratet. Sind sie knapp vorm Ziel. Sie brauchen nur noch die Einwilligung von Pilatus. Und der ziert sich da. Und drum machen sie dann Druck. Und dieser Pilatus erlebt dann, wie sich hier Jesus verhält. schuldig. Und das ist schon außergewöhnlich. Und drum wäscht er auch zum Schluss seine Hände und sagt, ich, ich wollte es nicht. Das ist eure Sache. Und die sagen dann diesen wahnsinnigen Satz, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Also unglaublich. Nämlich auch noch die nächsten Generationen da mit hineinzuziehen. Schlimm, schlimm am schlimmsten. Und diese Geschichte, die also hier berichtet wird von Johannes, wie Pilatus sich hier gewunden hat, die ist schon stark. Was der alles unternimmt, um Jesus freizuspielen. Aber sie setzen ihm derart zu und am Ende fürchtet Pilatus um seine eigene Stellung. Und dann opfert er lieber Jesus, bevor er seinen Posten verliert. Aber er kämpft darum, Jesus freizulassen, weil er erkannt hat, der ist unschuldig. Er hat dann später trotzdem alles verloren. Das hat ihm also gar nichts gebracht. Außer dass ihm Glaubens Kenntnis Millionen seitdem das gebetet haben, gelitten unter Pontius Pilatus. Also sein Name ist untrennbar mit dem Tode Jesu verbunden. Denn er war der höchste Richter. Und auch wenn er seine Hände wäscht und damit sagt ich bin unschuldig, er hat den Befehl gegeben. Ohne ihn hätte das nicht stattfinden können. Er wollte sich so rauswinden, er wollte es beiden Seiten recht machen, aber das ging nicht. Er war entweder oder. Und das, was er verhindern wollte, genau das ist eingetreten. Er wurde seines Postens danach weiter nach enttoben. Mittwoch. Das Zeugnis von Thomas. Jetzt, es gibt so Situationen im Leben, da bist du immer dabei, einmal fehlst du und genau dann, wenn du fehlst, dann passiert das Entscheidende. Ich hatte mir mal jemand erzählt, hat er viel bezahlt, dass er bei einem Fußballmatch dabei sein kann. Und dann fällt nur ein einziges Tor in diesem Spiel. Und er hat kurz zu seinem Freund hinüber geblickt, in dem Moment war das Tor. Das Einzige, was wirklich hochinteressant gewesen wäre, das hat er nicht gesehen, hat er versäumt. Und so gibt es das manchmal im Leben, dass du im entscheidenden Moment nicht wirklich dabei bist, und so erging es Thomas, er war nicht bei den anderen Jüngern, als Jesus ihnen als der Auferstandene erschien. Und die berichten, stell dir vor, auf einmal war er im Raum, die Türen verschlossen, und auf einmal war er da. Und der Thomas sagt, ja, 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 ihr bildet euch das alle miteinander nur ein. Solange ich ihn nicht gesehen habe, ist er nicht auferstanden, weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, dann vergeht eine Weile, nämlich eine Woche später, und dann ist der Thomas dabei, und Jesus ist wieder da. Und er redet Thomas an. Aber das Besondere ist, diesmal braucht Thomas keine weitere Einladung, der hat gesagt, solange ich nicht meine Hände in seine Wunde gelegt habe, und, und, und. Er sieht ihn, Thomas sieht Jesus und fällt auf die Knie, betet ihn ab, mein Herr und mein Gott. Übrigens ein ganz entscheidender Vers, denn so viele wollen ja Jesus einfach ja so ein bisschen niedriger ein Watt nein, ein Thomas sagt mein Herr und mein Gott. Und Jesus fügt dieses entscheidende Watt hinzu. Du glaubst, dass ich jetzt, weil du siehst, aber es gibt noch eine Stufe drüber. Wenn jemand einfach glaubt und vertraut aufgrund dessen, was in der Bibel steht, sieht, ohne dass sieht, darauf vertraut. Das ist das Besondere. Ohne zu sehen, darauf zu vertrauen. Aufgrund dessen, was andere bezeugt haben. Und damit kommen wir bis in unsere Zeit. Selig sind die nicht sehen. Wir können Jesus nicht leibhaftig sehen. und doch können wir glauben. Doch können wir vertrauen. Weil all die Worte, die er gesagt hat, sind solche, die bezeugt wurden, die aufgeschrieben wurden. Und du kannst den Test machen, diesen Glaubenstest, dass wenn du dich darauf einlässt, indem du darauf vertraust und darauf baust, dann wirst du sehen, ob das stimmt. Aber nur wenn du einsteigst. Du kannst es nicht mit Abstand betrachten. Du musst einsteigen. Diese Ereignisse von der Auferstehung und so weiter, das hat sich also alles hier in Jerusalem abgespielt. Darum wurde dieser Ort auch später ganz ganz wichtig. Wer hier Gemeindeleiter Bischof war, Ältester von Jerusalem, der hatte Gewicht. Denn da wurde Jesus gekreuzigt. Da waren die großen Feste, da war der Tempel, da ist er auferstanden. Also Jerusalem, diese Gemeinde dort, das war was. Donnerstag, unser Zeugnis über Jesus. Die Jünger sind also hier, schauen wir uns das geografisch da bis hier an, auf einer Art und Weise mit etwas konfrontiert, was schon umwerfend ist. Denn als sie sich hier in Jerusalem befinden und dann beim Tempel vorbeigehen und von den Mauern, diesen Stützmauern allein schon so beeindruckt sind und zu Jesus sagen, schau dir das an, weil das ja auf einem Berg oben liegt, hier sehen wir so reliefartig dargestellt, diesen diesen Kamm des Gebirges, Jerusalem liegt also da oben, hier ist das Kitton da und jetzt sagt Jesus, seht ihr das alles? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Jetzt geht es also in die Zukunft. Und als sie dann auf dem Ölberg oben angekommen sind, wollen die Jünger mal wissen, wann wird das geschehen? Denn wenn der Tempel zerstört wird, das hat ja dann noch mehr an Implikationen, da hängt dann noch mehr mit dran. Denn das würde ja bedeuten, dass die ganze Nation in höchster Gefahr ist. Hier haben wir das Zentrum des Zentrums, der Tempel. Und wenn der zerstört wird, dann hat Gott auch sein Volk aufgegeben, denn er könnte sie schützen. Er könnte ja das schützen, dass das nicht zerstört wird, dieses irdische Heiligtum. Und wenn Gott das zulässt, so wie er damals zugelassen hat, als die babylonische Gefangenschaft für die Israeliten im heutigen Irak Babylon angetreten wurde, da war auch klar, das war Gott, der das hätte verhindern können, und er hat es zugelassen. Ja, wenn er es zugelassen hat, oh, was will er uns dann damit sagen? Was haben wir verkehrt gemacht? Er hätte uns schützen können. Warum hat er uns nicht geschützt? Und sie haben ja schon so eine Zäsur in ihrer Geschichte erlebt, ungefähr 600 vor Christus. Und jetzt sagt Jesus, so was. Das ist der zweite Tempel. An der Erweiterung wurde 46 Jahre gebaut. An der Erweiterung des Tempels. Diverse Säulen hallen dazu, noch ein großer Platz dazu, sodass es am Ende einen Vorhof für die Fremden gab, einen Vorhof für die Frauen, einen Vorhof für die Männer und dann fängt erst der eigentliche Tempelbereich an. Das war so. Eine Ausdehnung und Stützmauern brauchten sie da. Also das hat ihr von unten aus gesehen, wenn du da hinauf gegangen bist. Imposant. Das hat heute noch so eine Wirkung. Allein nur die Stützmauer, die dort vom Tempel noch übrig geblieben ist, diese Klagemauer. Was das noch für einen Eindruck hinterlässt? Oder die neuen Stadtmauern, die dann die Türken hier gebaut haben vor 400 Jahren. Das hat schon eine Wirkung. dieses Jerusalem. Und dann sagt Jesus das. Nicht ein Stein bleibt auf dem anderen. Und seine Einleitungsworte in Matthäus 24 lasst sich, lasst euch nicht täuschen. Lasst euch nicht täuschen. Man wird euch täuschen. Man lässt also euch in etwas hineinrennen, was nicht wirklich ist. Man tut nur so, als ob. Denn der Teufel ist der Vater der Lüge. Freitag. Zusammenfassung. Es kommt also darauf an zu glauben, was man nicht sieht. Wenn wir das Wort Gottes lesen, dann kommen da immer wieder Verheißungen, das heißt Versprechen, wo Jesus etwas mitteilt. Wo er sagt, das und das und das. Wenn du so handelst, wird das und das der Segen sein. Und wenn du gegensätzlich handelst, wird das der Fluch sein. Du produzierst den Fluch selbst und den Segen selbst. Gehst du auf Segens Wegen, wird das Segen kommen. Gehst du auf Fluch Wegen, wird der Fluch kommen. Weil deine Entscheidung das eine wie das andere bewirken, jedes seines eigenen Glückes schmied. Jetzt hat Jesus in Matthäus 24, wie sie dann Donnerstag Abschnitt besprochen haben, klar gemacht, es kommt eine Zeit. Da geht sowas von drunter und drüber. Da wird es dann entscheidend sein, wo du stehst, wem du vertraust. Weichst du dann dem Druck, der vom Staat her kommt, von den Mächtigen, oder stehst du vertrauensvoll zu dem, was dir Jesus empfiehlt. Das ist also dann der Härtetest. Da wird es dann echt, da wird es dann klar, da wird es dann deutlich. Da weiß es dann letztlich jeder, ist es so oder ist es nicht so. Und dann musst du eine Entscheidung treffen. Jetzt kommt der Druck, du wirst Nachteile haben vom Staat her, wenn du Jesus treu bleiben willst. Wenn du so und so unterwegs bist, dann, so wie wir das aus der Zeit der Impfung gegen Covid festgestellt haben, wenn sie nicht geimpft sind, dann fliegen sie heraus, dann haben sie ihren Arbeitsplatz verloren. Da ging es nur um den Arbeitsplatz, also nur, in Anführungsstrich, du keine Arbeit hast, das Einkommen schmilzt zusammen, schlimm genug. Aber hier am Ende geht es dann um noch viel, viel mehr. Du wirst wie ein Martin Luther mit dem Tode bedroht, wenn du nicht auf Linie kommst, was sie von dir wollen. Was hast du dann für eine Basis? Und darum ist es so wesentlich heute zu vertrauen. Weil wenn du heute auf Dinge einsteigst, wo es ja um vieles einfacher und leichter noch ist, wo es um Kleinigkeiten geht, aber wenn du im Kleinen nicht treu bist, wirst du dann im Großen nicht treu sein. Aber das, was du im Kleinen an Treue produzierst, an Gehorsam gegenüber dem, was Jesus dir empfiehlt, das wird sich so auswirken, dass du dann Erfahrungen machst mit Jesus. Du wirst merken, ach so, boah, das funktioniert ja tatsächlich. letztlich, ja dann, und dann wagst du die größere Erfahrung, den größeren Schritt, das noch gefährlichere Wagnis, das noch größere Risiko, dann traust du dich drüber. Aber das wirst du nie tun, wenn du nicht vorher schon mit ihm Erfahrungen gemacht hast. Keiner kann aus dem Stand den ersten Stock dann gleich springen. Also eine Treppe mit Stufen. Diese Stufen, die gilt es zu begehen und zu bewältigen. Wohl dir, wenn du diese Schritte gehst. Danke unser Heiland, danke. Danke, dass du in deiner Treue alles unternimmst, damit wir gerettet werden. Du hast uns Versprechen gegeben und wenn wir darauf vertrauen, dann wird sich das bewahrheiten. Es wird in Erfüllung gehen, was du versprochen hast. Wenn wir es wagen. Aber wir erfahren es erst, wenn wir es wagen. Danke für all die Erfahrungen, die wir machen, wenn wir dir vertrauen, deinem Wort und danach handeln. Habt Dank, euer. Amen.